So, der Tag ist schon fast rum, also die Hälfte von dem Tag ist rum, da wird es ja schon wieder dunkel. Wir haben noch ein wenig Essen, aber nicht wirklich viel. Also wenn bei dieser komischen Farm nicht bald was rauskommt, dann müssen wir doch wieder zurück zur ersten Insel. Was irgendwie ein wenig schade wäre. Das heißt, wenn man sich von den Farmen ernähren will, bräuchte man davon Dutzende und mehr Kühe, weil das Ding ist immer noch nicht gewachsen. So, vier Stück haben wir jetzt noch an Dünger. Tada! Ah, ein Kürbis. Für die Kürbislaterne natürlich und wir könnten ihn so essen. Nee, das lassen wir mal. Also, neue Samen rein. Oh, wir können keinen neuen Samen reintun. Ah, erstmal wieder Dünger, natürlich. So. Jetzt den Samen rein. Ah, doch, der hier ist noch kleiner als der da. Also scheinen die auch selbstständig zu wachsen. Nur sehr, sehr langsam. Na gut, ich baue einfach weiter fleißig die Dinger, die Farmplots, und hoffe mal, dass es sich irgendwann rentiert. Aber sobald diese Nacht rum ist, gehen wir zurück zu den Kaninchen. Wir werden da erstmal einen Tag oder so verbringen mit Jagen. Und danach werden wir, wohl oder übel, entweder diese Insel weiter erforschen müssen, auf der Suche nach Stein, oder durch den Sumpf durch. Was ich echt gerne vermeiden würde, weil es halt da zu viele Sachen gibt, die gefährlich sind. Zuallererst natürlich die Tentakel. So, acht Stück. Wir könnten schon mal wieder einen Farmplot bauen. Und die Jaks breiten sich langsam noch im Wald aus. Oh. Solange die hier in der Gegend bleiben, ist mir alles egal. Und warum ist das Feld da nicht so dunkel wie das Feld? Komisch. Na gut. Nächstes Feld. Da hin. So, Sam rein. Der braucht ja komischerweise keinen Dünger. Ah, also anscheinend brauchen die Felder selbst nur Dünger, wenn sie einmal irgendwas zu Ende gebaut haben. Also, zum Beispiel den Kürbis. Lagerfeuer. So. Können wir den Dünger auch verbrennen? Ja, können wir. Sehr schön. Ist ja auch eine bekannte Taktik. So. Grasbüschel. Sollten wir alle schön hier in der Ecke anbauen, damit das Lagerfeuer nicht mal aus Versehen überspringt. Dann werden die nämlich alle weg. Und danach probiere ich nochmal ein bisschen mit dem Dünger rum. Kann man Gras dümmen? Nein. Den Busch haben wir noch nicht gedüngt. Ist jetzt auch schon ein Tag her, dass wir den angebaut haben. Oh, wir sollten kurz was essen. Dich verkochen mal, weil wir sonst kein Essen haben. Und da sind noch Samen. Wir sind überall Samen. Ist das jetzt nur Zufall oder hat das irgendwas mit den Yaks zu tun, dass hier so viele Samen sind? Kann ja auch sein, dass die Samen und Dünger produzieren. Also was halt so übrig bleibt bei denen. Mir soll es gleich sein. Wir haben erstmal einen vollen Magen. Ah, fast vollen Magen. Das ist das Wichtigste. Das ist unser erster gewesen. So, was haben wir noch? Wir haben den Kürbis. Wir haben kein Forschomaten. Dafür fehlt uns ein Gold und vier Holz. Dann hacken wir doch mal ein wenig Holz. Oh, und da liegt Gold. Das passt doch. Brauchen wir noch vier Stücken Holz. Eins, zwei. Schaffen wir die noch? Bevor das Feuer langsam runter geht. Jo, sehr schön. Einsamen, einsamen, einsamen weg. Da, Gold mitnehmen. Und hier auch mal in Forschomaten hinstellen. Da, ist okay. So. Ein Zelt. Dieser komische Schlafsack. Für 200 Punkte. Ich teste mal ganz kurz, wie viel der Dünger bringt. Wir sind jetzt bei 165. Ein Punkt. Ah, nee. Dich pflanzen wir mal da hin. So. Oh, genau. Diese gefundenen Sachen. Vielleicht kann man die ja erforschen. Und die bringen dann richtig viel. 166 sind wir jetzt. Wow. 246 jetzt. Also die Sachen aus den Gräbern bringen wohl 80 Forschungspunkte. Das ist sehr schön. Dafür kaufe ich mir doch mal... Ah, ist bei den Farmen noch irgendwas anderes? Stimmt, die schnelle Farm. Und ein Crock-Pot. Damit kann man besser was essen machen. Ah, brauchen aber Steine für. Und eine Turbo-Farm. Na gut, wir wollten jetzt zurück zu den Kaninchen. Weil wir uns hier nicht ernähren können. Unterwegs nehmen wir noch so mit, was wir so finden können. Primär Flint oder Stein würden wir es irgendwo sehen. Das heißt, wir gehen einfach mal hier oben rum, um noch einen Teil der Karte aufzudecken. So, Blumen können auch nicht schaden. Da ist wieder ein Grabstein. Den ignorieren wir erstmal. Können wir später machen mit den Forschungspunkten. Erstmal das Wichtigste. Essen. Wegen Don't Starve und so. Das habe ich ja schon einmal missachtet. Das müssen wir nicht wiederholen. Oh, das nimmt mit. Ja, die Vögel sind echt sehr hilfsbereit. Auch wenn das irgendwie nicht so geplant sein kann. Allerdings sollen die Samen ja eher stehlen, als uns immer wieder vorbeibringen. Genau so, danke. Ist doch die richtige Brücke, oder? Ja, ist es. Die ganz, ganz lange. Aber ich denke mal, wir werden noch, danke, wir werden noch ein wenig was vom Tag über haben. Können dann zwei, drei Kaninchen jagen. Und wir müssen diesmal ja auch gar kein Lagerfeuer aufstellen. Also kein Holz und kein Gras verschwenden. Denn wir haben ja noch unser altes, großes da stehen. Da müssen wir nur das Brennmaterial reinwerfen. Und genau sowas hätte ich bei unserer Farm halt auch ganz gerne. Und das mit den Steinen ist echt ein Problem. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir noch irgendwas im alten Lager haben. Es kann nämlich sein, dass ich da noch Steine habe liegen lassen. Ja, ich glaube, das hatte ich sogar. Oh, Spinnei. Ja, damit experimentieren wir später. Also die Fallen aufstellen. Erstmal jetzt wirklich nicht ablenken lassen und Essen sammeln. So, da ist ein Kaninchen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Du bist aber zu nah an deinem Bau dran. So ist gut. Zack. Du kommst mit. Und Karotten. Und ja, die erste Insel ist echt so ein kleines Paradies. Kann da nichts großartig passieren, außer man haut aus der Spinnennest drauf. Und überall liegt Essen rum. Also in Form von Karotten, Bären und Kaninchen. Und ich bin falsch gelaufen. Die Vogelfallen wären auch noch eine Idee. Ja, gucken wir diese Nacht mal. So, die Bäume sind alle fertig. Da sehe ich Steine, ich sehe Gold. Sehr schön. Und Karnickel. Viele Kaninchen. Also ja, die scheinen wirklich zu respawnen. Das heißt, wir können immer wieder hierher zurückkommen. Zack. Dann futtern wir uns einmal voll. Sammeln noch so zehn Hacken. Achsen extra und können dann wieder lostigern, um irgendwelche anderen Ressourcen zu suchen. Oh, wir haben keine Axt mehr. Spaten. Zack. Der Spaten verliert vier Prozent. Testen wir mal ganz kurz. Verliert die Pick-Axt auch vier Prozent? Kann ja sein, dass manche Sachen für sowas eher geeignet sind als andere. Oh. Zu welchem Loch gehörst du denn? Zu dem da? Jo. Auch vier Prozent. Bastel ich mal kurz die Axt. 100 Prozent. Komm, schau an. Du gehörst zu dem da, oder? Jo. Ja, die Axt verliert nur ein Prozent. Also Hasen jagen mit der Axt. Am besten wahrscheinlich mit dem Speer, aber den habe ich noch nicht gebaut. Speer haben wir alles für. Zack. Vielleicht kommt da auch irgendwas anderes bei raus. Obwohl ich mir das nicht unbedingt vorstellen kann. So. Angegelt. Zack. Verliert auch nur ein Prozent. Ah, okay. Einer von euch gehört zu dem Loch. Ich hoffe, ich greife den richtigen an. Jo. So, acht Fleisch und die Nacht bricht an. Ja, ist doch super. Einmal Holz rein. Es wird abgespeichert. So muss das sein. Was verbrennen wir denn mal? Gras. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. In der Kiste waren ganz viele Blütenglätter. Die Samen, die wir nicht unbedingt brauchen. Wir haben jetzt schon genug für unsere Farbenplots. Und die scheinen ja doch recht häufig auf dem Boden aufzutauchen. Das heißt, die verkochen wir jetzt auch alle mal. So. Sehr schön. Zwischendurch ein bisschen was essen, damit wir nicht zu sehr runterkommen. Ja, die bringen echt nur acht. Ach, acht Nahrung drin, die gekocht. Aber besser als nichts. So. Noch mehr Verkochungen. Dann haben wir gleich noch zwei Karotten, zwei Beeren, acht Fleisch und die Notfallreserve in der Kiste. Die sollten wir da aber auch drin lassen. Nur so für den Fall. In jedem Basislager immer so viel Rationen essen haben. Kann nicht schaden. 87. 100. Sehr schön. Ihr werdet auch noch gekocht. Und dann gucke ich gleich mal, wie viele Steine das sind. Aber ich glaube, das waren nur drei oder vier. Oh. Ich sehe gerade was. Die Theorie, die ich hatte mit dem dunklen Gras, dass da die Bäume kaputt gehen, ist Schwachsinn gewesen. Es geht wohl eher darum, wie alt die Bäume sind. Die Bäume sind zuerst klein, werden dann immer größer. Und wenn sie dann groß genug sind, dann werden sie irgendwann wieder kleiner und verschrumpeln. Das heißt, man sollte die echt abhacken, solange sie noch groß sind. Denn sie werden irgendwann wieder klein. Das heißt, das machen wir jetzt den Rest der Nacht. Wir hacken die ganzen Bäume hier ab. Dann haben wir auch noch Holz für unser zweites Lager, das noch keine richtige Feuerstelle hat. Du bist auch noch groß genug. Chop, 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 chop. Und nur noch vier Flint. Das wäre echt alber, wenn wir sterben würden, weil wir keine Werkzeuge mehr bauen können, weil der Stein fehlt. Aber ja, wenn das wirklich so weit kommen sollte. Oh, ich glaube, es ist schon fast so weit gekommen. Weil wir haben die Pickaxe zwar noch, um irgendwelche Steine abzubauen, aber da sind nur vier Prozent drauf. Das wird nicht reichen. Das heißt, wir müssen eigentlich noch eine neue Pickaxe bauen. Die kostet mal eben zwei. Haben wir hier noch irgendwo was? Ja, da sind noch zwei Flint. Mitnehmen oder hier lassen für einen Notfall. Ich lasse lieber hier. So, das heißt, wenn der Tag gleich anbricht, jagen wir noch kurz Kaninchen. Wir haben keinen Platz mehr. Die können hier bleiben. So, einfach irgendwo hinpacken. So, so, so. So. Also, wenn der Tag jetzt anbricht, mache ich erstmal einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge jagen wir Kaninchen und gehen wieder zum Basislager Nummer zwei. Gucken, was da so passiert ist. Also, bis gleich. Also, bis gleich.